Wir sind am späten Vormittag alarmiert worden hierher nach Borbeck zur Haltestelle Philippus Stift der Essener Verkehrs AG. Im Bereich dieser Haltestelle sind zwei Bahnen der Linie 101 kollidiert. Im Verlauf des Unfallgeschehens sind insgesamt acht Personen verletzt worden. Wir haben sowohl den Fahrer als auch die Fahrerin beider Züge ins Krankenhaus transportiert, ebenso wie vier weitere Erwachsene aus den Bahnen. Last but not least auch zwei Kinder, die Kinder zwei und drei Jahre alt, ebenfalls hier rettungsdienstlich versorgt und zum Krankenhaus gebracht. Wir reden allerdings nach jetzigem Wissensstand von leichteren Verletzungen, also ist niemand wirklich schwer verletzt worden.